Ja, so meine lieben Freunde, erstes Video aus der neuen Wohnung. Wir haben es gerade Dienstag, den 1. August, um 0.01 Uhr. Ich habe einiges zu tun, wie ihr merkt. Sorry, dass der Montags-Stream ausfallen musste. Also ihr wisst eigentlich, wenn bei mir der Montags-Stream ausfällt und montags auch nicht mal ein Video kommt, dann habe ich richtig Betrieb. Und den habe ich auch, sonst hätte ich es auch anders gemacht. Ich glaube auch, dass mein Internet nicht mal ausreicht für ein Streaming. Aber wir sind trotzdem morgen bei KNIFE online, da macht dann Nico den Stream auf YouTube zusammen mit Splash. Bruder, freue ich mich sehr, wenn wir natürlich sehr, sehr viel über die zweite Liga sprechen, auch über den kommenden Spieltag. Und ich gebe ab in drei, vier Wochen oder zwei, drei Wochen auch wieder alles, sodass ihr wieder regelmäßig natürlich Content bekommt. Aber jetzt muss ich erstmal checken, dass ich irgendwie Internet bekomme, eine Küche und was weiß ich, alles, was noch fehlt. Wir müssen auch die alte Wohnung noch fertig machen. Also seht es mir nach. Ich muss auch teilweise noch wirklich arbeiten. Es ist gerade nicht so einfach. Und wenn ich könnte, würde ich immer ein Video machen oder Stream. Ich glaube, das wisst ihr aber auch, weil ich ja selber wie süchtig danach bin. Aber ja, machen wir jetzt trotzdem mal ein Hertha-News-Update. Wenn es ein bisschen halt, seht es mir nach. Hier werde ich normalerweise meine Videos nicht drehen. Das ist der einzige Raum, wo ein bisschen Platz gerade ist. Im Wohnzimmer habe ich jetzt rudimentär hier einen Küchenstuhl aufgebaut und ein paar Pappkartons aufgestellt. Aber es wird irgendwie gehen, auch wenn ihr mich ein bisschen von unten seht. Und es geht auch heute wieder um spannende Themen. Zum einen, vielleicht habt ihr es schon ganz vergessen, das habe ich letzte Saison ja auch immer gemacht, reden wir natürlich auch über die U23 von Hertha. Die hat nämlich auch am Freitag gespielt zu Hause. Eröffnungsspiel für die Regionalliga Nord-Ost. Wir reden nochmal ganz kurz über Diego Demme, über Seevolk und Winkler. Das sind ja nicht so schöne Nachrichten. Über Konga. Auch da spekuliert die Bild wild, möchte ich fast behaupten. Und es gibt wohl einen neuen Spieler, der zu uns kommen soll. Haris Tabakovic. Über den können wir auf jeden Fall auch nochmal sprechen, was das bedeuten würde. Vielleicht, wenn ihr das Video seht, ich werde es wahrscheinlich mitten in der Nacht hochladen, auch wenn das für den Algorithmus nicht so das Cleverste ist. Aber ich mache es einfach, wenn ich es hochgeladen kriege mit dem Internet hier. Aber vielleicht ist er, wenn ihr das irgendwann mittags erst guckt, vielleicht ist er dann auch sogar schon da. Denn die Anzeichen verdichten sich, dass er kommt. Wenn euch diese Themen interessieren, bleibt gerne dran. Und vergesst, wie gesagt, nicht. 21 Uhr, YouTube, knife. Vielleicht gehe ich danach nochmal online auf Twitch, wenn es die Internetverbindung mit dem Handy zulässt, dass wir ein bisschen Tommys Coffee Talk machen können. So, jetzt gehen wir rein. Diego Demme, es ist ein In und Her. Und am Sonntag berichtete dann ein Nachrichtenportal tutumercatoweb.com, dass der FC Augsburg auch großes Interesse haben könnte an den noch beim SSC Neapel bis 2024 unter Vertrag stehenden defensiven Mittelfeldspieler, an dem wir ja gefühlt schon seit acht Wochen baggern. Keine Ahnung, ob das jetzt immer alles nur Gerüchte sind, um Hertha da nochmal ein bisschen anzutreiben. Ich sage weiterhin, das wäre eine Verstärkung, die uns sicherlich Tiefe im Kader geben würde, die sehr, sehr wichtig und entscheidend wäre für eine Achse, die man bilden könnte. Wir brauchen weiterhin, auch wenn ich finde, dass Clemens es zum Beispiel ziemlich gut in gewissen Situationen gemacht hat und mit ein bisschen Spielpraxis es bestimmt noch besser machen wird und auch ein Marta und Dadai viel Potenzial hat. So ein Spieler in der Doppel-Sechs wäre für mich schon weiterhin essentiell. Aber man soll da jetzt auch nicht hinterher trauern. Schauen wir erstmal, was da passiert. Unsere U23 hat ja am Freitag gespielt gegen Chemie Leipzig im Amateurstadion und hat mit 3-0 gewonnen. Da waren allerdings, so fair muss man sein, auch einige, die für die Zweitligamannschaft vorgesehen sind, mit von der Partie im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich unter anderem Rölke, der zumindest mal schon im Bundesliga-Einsatz hat. Previak hat da seine ersten Minuten im Hertha-Dress bekommen. Gustav Christensen, der ja für die U23 verpflichtet wurde, aber schon mal bei der ersten mittrainieren durfte, war ja auch von der Partie. Käsig war auf der Sechsgut, der ist eh eher bei der U23. Eitschberger hat auch auf der Rechtsverteidiger-Position gespielt und Gächter noch in der Innenverteidigung und im Tor außerdem Quasigroch. War ein souveränes Spiel von der zweiten, der alten Dame und sind auch relativ früh durch Gustav Christensen in Führung gegangen. Da hat er mal das gezeigt, was ihn ausmacht, warum wir ihn verpflichtet haben. Pass von Käsig, linke Strafraumkante, nach rechts, nach innen gezogen und in einem Guss den Abschluss, kurzes Eck, unhaltbar, hat er fast im Gehen gemacht, sah ziemlich lässig aus, schönes Tor. Da hat man mal ein bisschen so gesehen, was ihn ausmacht auf jeden Fall. Hat ja wahnsinnige Statistiken, vor allem bei den Jugendmannschaften, aber auch teilweise schon gut genetzt im Herrenbereich in Dänemark. Mal gucken, könnte für die Zukunft auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Spieler werden. 2 zu 0, dann sehr, sehr schön vorbereitet von Nadar Jindaui. So eine Pässe würde man sich in der ersten Mannschaft auch das ein oder andere Mal wünschen. Ich weiß nicht, ob der irgendwann mal eine Chance bekommt, gerade jetzt beim Verletzungspech von Winkler, aber sehr, sehr schöner Schnittstellenpass in die Tiefe von außen, in die Tiefe auf Previak. Der braucht nur noch so ein bisschen den Ball lenken und schiebt dann vorm Keeper zum 2 zu 0 in der 27. ein. Und auch das 3 zu 0, wieder schön vorbereitet von Nadar Jindaui. Also der hat echt ein gutes Spiel gemacht. Er hat Überschläger auf der rechten Seite reingeflankt und Ruven Wertmüller ist wieder da, der auch viel verletzungsgeplagt war, machte dann noch das 3 zu 0. In der 89. kam übrigens noch für Toni Rölke Luca Wollschläger, der ja irgendwie gar keine Rolle mehr spielt nach seiner missglückten Leihe zu Rot-Weiß-Essen. Aber das war doch mal ein Start nach Maas, nachdem man ja letztes Jahr eher nicht gut gestartet ist mit der 2. von Hertha, ist man jetzt nach dem ersten Spieltag mit Punktgleich mit dem BFC Dynamo auf Platz 2 hinter Luckenwalde, die den BAK eiskalt mit 6 zu 0 abgeschossen haben. Kann man an der Stelle vielleicht auch mal erwähnen. Ja, was waren bei uns so die positiven Sachen? Unter anderem ja die unfassbar gute Leistung von Seevolk, die sogar, also wenn der Kicker Seevolk eine glatte 2,0 gibt mit einer Spielerbewertung. Weißt du schon, der hat überragend gespielt und hätte bei Bayern eine glatte 1 bekommen. Kleiner Spaß, aber Seevolk, unfassbar gutes Spiel. Jetzt fällt er leider erstmal aus, hat Hertha auch so berichtet. Er ist ja am Ende nur noch über den Platz gehumpelt, hatte sich da einmal irgendwie wehgetan. Das wäre natürlich extrem bitter, wenn er ausfällt jetzt am Freitag. Also genau so einen Spielertypen können wir doch jetzt gebrauchen. Hat wohl eine Oberschenkelverletzung. Ich hoffe, dass es schnellstmöglich wieder geht. Also derzeit sehe ich, also wenn er so weiterspielt, dann muss er erstmal Konstanz reinbringen, weil jetzt ein Spiel mal. Aber wenn er so spielt, dann ist er einer der besten Rechtsverteidiger der 2. Liga. Den musst du dann erstmal ersetzen können. Also ich hoffe, dass er rechtzeitig wieder fit wird. Das ist der Seevolk, wie man ihn dann auch sehen will. Und der auch ein Vorbild sein kann, ganz ehrlich. Also ganz, ganz tolle Leistung. Wünschen wir auf jeden Fall unserem Deo alles Gute. Auch Winkler fällt auf unbestimmte Zeit aus. Es musste ja in der 30. Minute ausgewechselt werden. Es sah auch schon echt bei der Zeitlupe nicht gut aus, wie er da falsch aufgekommen ist mit seinem Fuß. Es ist wohl wirklich eine Bänderverletzung. Hoffen wir mal, es ist kein Bänderriss. Bänder, ja, hatte vielleicht jeder schon mal von euch, der Fußball gespielt hat. Wird natürlich dann richtig dick bei einer Bänderverletzung. Kann auch eine Weile dauern. Das ist bei jedem anders, wie das dann verheilt. Aber kann er jetzt natürlich erstmal nicht trainieren. Wird auch sicherlich nicht, je nach Schwere, wird er auch sicherlich nicht am Wochenende dann spielen können. Was schade ist, weil er eigentlich ein paar ganz gute Akzente am Anfang für mich gesetzt hatte. Den beiden Wünschen war auf jeden Fall alles Gute. Einer, der laut Bild auch nicht mit dabei sein soll, aber naja, nicht aus Verletzungsgründen, ist Wilfried Konga. Letztes Jahr geholt für 5 Millionen und natürlich auch mit vielen Vorschusslorbeeren gekommen. Doppelsturm mit Jordan Sibaccio gehabt in der Schweizer Liga bei Young Boys Bern und auch viele Tore geschossen. Eine Statur wie ein Bär, ein Stoßstürmer, ein Wandspieler, wie man ihn sich wünscht eigentlich. Aber bei uns irgendwie nie so richtig zum Zug gekommen. Und irgendwie scheint er da an einem Verhältnis zu Paldada ja auch irgendwas nicht so ganz zu stimmen. Laut Bild ist es jetzt so, dass er selber gesagt hat, er fühle sich mental nicht in der Lage für Hertha BSC zu spielen. Die das wohl als Affront aufgefasst haben. Ich meine, wir erinnern uns vielleicht noch daran, dass auch schon mal berichtet wurde in der Vorbereitung, als es erst harsche Kritik an Konga hagelte. Unter anderem auch von Paldada. Oder auch noch letzte Saison, wo Paldada ihn ja öffentlich kritisiert hat, dass er wohl der Langsamste war unter den Torhütern und so weiter. Dann wurde er auch mal ein bisschen gelobt. Aber zwischenzeitlich hat er ja gesagt, er hat irgendeine Verletzung. Und dann haben die Ärzte aber gesagt, er hat gar nichts. Also ich weiß nicht, ich will da immer Vorsicht walten lassen. Weil gerade wenn ein Spieler so sagt, mental würde ich da jetzt nicht so raufkloppen. Wer weiß, ob der nicht vielleicht wirklich auch, also der ist hierher gekommen mit ganz anderen Ambitionen, hat nicht ansatzweise das erreicht, ist in vielen Aktionen unglücklich, auch wenn er eingewechselt wird. Der neue Trainer macht ihn dann erstmal runter. Ich will ihn jetzt nicht verteidigen. Vielleicht hat er das ja in dem Sinne auch alles verdient. Aber man weiß immer nicht, wenn einer Mentalprobleme hat, vielleicht hat er wirklich krasse mentale Probleme und kann deshalb nicht mitziehen. Die BILD interpretiert das wohl so, dass Hertha sagt, ja, der will sich hier in dem Sinne freistreiken, damit wir ihn billig gehen lassen. Weil er hat noch Vertrag bis 2026. Laut BILD ist es aber so, dass Hertha den wohl auf der Tribüne schmoren lassen würde. Damit ihm da ein Strich durch die Rechnung gemacht wird, wie von einem Mathelehrer. Finde ich an sich, wenn man das Geld hat, eigentlich immer eine ganz gute Sache, damit andere Spieler gleich sehen, so brauchst du mir gar nicht kommen. Abresst wird hier der Verein auf jeden Fall nicht. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir uns das leisten können, wenn wir um so krass viele Sachen feitschen müssen und Spieler abgeben. Ich sag mal so, wo man vielleicht hätte mehr rausholen können, auch aus dem Grund einfach, dass wir in einer finanziellen Notsituation sind und das alle wissen. Dann jemanden auf die Tribüne zu setzen, der wahrscheinlich über eine Million noch weiterhin verdient im Jahr oder circa eine Million, schätzungsweise. Glaube ich nicht, dass wir uns das leisten können. Hinzu kommt, dass Conga natürlich auch so ein gewisses Stürmerprofil an sich erstmal mitbringt. Versteht mich nicht falsch, aber für die zweite Liga, was wir brauchen könnten. Weil wenn wir uns Pal Dardais Fußball angucken, ich weiß nicht, ich hatte natürlich die Hoffnung, dass auch der sich in der zweiten Liga anpasst. Aber zumindest mal das erste Spiel sah mir sehr nach Pal Dardais Fußball aus. Und dann ist halt die Frage, ob der zum einen damit aufsteigen kann, klar, ist erstmal die Frage. Aber zum anderen ist auch die Frage, wenn du sehr viel mit langen Bällen arbeitest, was zwangsläufig dann der Fall sein wird, erst recht, wenn du keinen Zehner hast, dann brauchst du vielleicht umso mehr einen Wandstürmer wie einen Conga, der auch mal einen Ball ablegen kann, der neben ihm dann aber auch eine Spitze hat. Weil Niederlechner ist es ja offensichtlich nicht. Und wenn man jetzt mal vergleicht, Niederlechner, Scherhand und auch ein Previak an sich, selbst wenn er ein bisschen größer ist, sind alles andere Stürmertypen als ein Conga. Deswegen kamen ja auch immer wieder die Gerüchte auf, dass man an Serdar Dursun auch interessiert sein soll, obwohl wir Previak dann schon verpflichtet haben. Und eigentlich von einer nominellen Zahl, dafür, dass wir nur mit einem Stürmer spielen, relativ viele Stürmer im Kader haben. Ja, aber ja, Conga könnte wohl sein, dass sich das erledigt hat. War ja am Wochenende auch nicht im Kader. Das würde natürlich dafür sprechen, dass die Geschichte stimmt. Trotzdem wäre ich bei so mentalen Sachen immer vorsichtig. Andersrum, ich bin ja auch nicht dabei, wenn der Verein merkt, der will einen hier nur an der Nase rumführen, damit er billig wechseln kann, weil er keinen Bock mehr auf Härte hat und hier die schlimmste Einstellung hat überhaupt. Ganz ehrlich, wenn Leute faul sind und so eine Kohle verdienen und dann sich nicht mal den Arsch aufreißen für den Verein, wo sie wirklich gut verdienen, auch wenn es gerade nicht gut läuft, auch mit allen möglichen Sachen und das nicht an etwas Mentalem liegt, sondern weil sie einfach keinen Bock haben und nur noch schnell weg wollen, irgendwo anders hin, dann ist das keine Art. Dann muss man das ordentlich kommunizieren und kann nicht einfach anfangen zu sagen, ich habe hier eine Verletzung, ich habe da mental keine Kraft mehr. Aber das wissen wir halt einfach nicht. Deswegen erstmal Ruhe bewahren, mal gucken, was passiert. Aber scheinbar, eigentlich ist Conga doch, wenn man ein paar Dardai kennt, auch einen Spieler, den er eigentlich mögen müsste, so vom Spielerprofil her, für die Art von Fußball, die er gerne spielt. Also irgendwas scheint da nicht so richtig zu funktionieren. Warten wir mal ab. Ja, aber ein weiterer Stürmer ist im Gespräch, es ist aber wohl nicht mal Serdar Durso und da waren es ja laut verschiedensten Medienberichten auch mal so die Gehaltsvorstellungen, die dann so ein bisschen mit dem auseinanderdrifteten, was Hertha in Zukunft eigentlich machen wollte, weil er wohl ungefähr 1,2 Millionen forderte, wir aber nur circa 800.000 laut Medienberichten zahlen wollten. Jetzt kommt ein neuer Stürmer ins Gespräch. Ja, auch ein ziemlich großer, auch ein Spieler, der Kopfballstark ist und vielleicht auch der am ehesten dann so eine Art Conga-Ersatz sein könnte, Haris Tabakovic. Haris Tabakovic, 29 Jahre alt, spielt derzeit bei Austria, Wien, ist Schweizer, hat aber auch den bosnischen Pass oder hat bosnische Wurzeln, könnte sich also vielleicht ganz gut mit Ibisevic, der zwar nicht mehr spielt, aber trotzdem mehr im Klub ist und unter anderem ja für Previag-Transfer auch mitverantwortlich war und auch eben mit Previag selbst ganz gut verstehen, könnte ich mir vorstellen, ist 1,94 groß und Sky und auch die BILD berichten übereinstimmen, dass er wohl zu uns wechseln soll. Ich hatte jetzt auch in den sozialen Medien von einigen gesehen, dass gepostet wurde, dass seine Freundin schon irgendwie eine Story auf Instagram hochgeladen hat, wir sind auf dem Weg nach Berlin im Kreise der Mannschaft, soll er sich laut BILD und auch laut Sky schon verabschiedet haben vom Team, also könnte es durchaus sein, dass er zu uns wechselt. Wenn man sich mal so ein bisschen seine Karriere anguckt, könnte man fast schon sagen, er ist ein Spätstarter, denn in der letzten Saison in der österreichischen Bundesliga hat er für Austria, Wien immerhin 17 Tore erzielt und generell seine Statistik in allen Pflichtspielen für Austria, Wien, 42 Spiele, 21 Tore, 4 Vorlagen, lässt sich sehen. Vorher aber in der zweiten österreichischen Liga gespielt bei Lustenau und da hat er in 48 Spielen 46 Tore, 11 Vorlagen beigetragen, was eine super Statistik ist. Dennoch würde ich schon sagen, ich gucke nicht so viel österreichische Bundesliga und ich gucke auch nicht so viel zweite österreichische Bundesliga. Um ehrlich zu sein, ich glaube, ich habe noch nie ein zweites Bundesligaspiel aus Österreich live gesehen, weiß ich gar nicht. Doch einmal, glaube ich schon, das war auch wegen irgendeinem Spieler, an dem ich, nicht ich, sondern an dem Hertha interessiert war, weiß jetzt aber gar nicht mehr, welcher es war. Auf jeden Fall habe ich mir viele Highlights auch aus diesen Ligen schon angeguckt und die zweite österreichische Bundesliga ist im Schnitt natürlich nicht das Niveau von der zweiten Bundesliga, das kann man nicht sagen. Trotzdem hat er ja letztes Jahr in der österreichischen Bundesliga, also in der höchsten Spielklasse, 17 Tore erzielt und hat gute Statistiken geliefert, Kopfballtore erzielt, Körperlichkeit mit reingebracht und könnte damit natürlich dann ein interessanter Spielertyp sein. Also eben kein Dosun, sondern eben ein Tabakovic. Er ist Rechtsfuß, könnte ich mir dann zum Beispiel vorstellen, mit einem Präviak, der ja auch so ein bisschen spielstärker ist. Wir haben ihn jetzt zwar noch nicht live gesehen, aber normalerweise war Präviak ja auch einer, der besser an der Doppelspitze funktioniert hat, unter anderem ja auch bei Salzburg. Präviak ist einer, der auch mal den Ball treiben kann, der technisch stark ist. Vielleicht funktioniert dann auch ein Niederlechner besser. Niederlechner, man sieht es jetzt in den Testspielen, ich hatte mir auch erhofft, dass er vielleicht auch als einzige Spitze funktionieren kann, aber ich glaube, er ist einfach eher eine Doppelspitze oder eine hängende Spitze. Aber so alleine, wenn dann die hohen Bälle kommen, ist er dann manchmal auch irgendwie überfordert damit. Dann hat er auch nicht die gewisse Spritzigkeit vielleicht, aber guckt euch an, auch Scherhand hat es ja schwer, aber da können wir gleich nochmal zu kommen. Auf jeden Fall hat er schon bei den verschiedensten Klubs gespielt. Wie gesagt, Schweizer U-Nationalspieler ist er gewesen, war damals in der Jugend von Young Boys Bern. Grasauber Zürich hat er mal gespielt. Er hat verschiedenste Länder auch abgeklappert und letztes Jahr dann aus der zweiten österreichischen Liga durch seine tollen Torerfolge ablösefrei zu Austria-Wien gewechselt. Und jetzt hat er eigentlich noch bis 2025 Vertrag. Ist ja auch schon 29 Jahre alt. Aber es gibt wohl eine Ausschiegsklausel, denn sein geschätzter Marktwert hat sich innerhalb von einem Jahr durch diese vielen Tore auf 2,2 Millionen hochkatapultiert. Die Ausschiegsklausel soll laut Bild und Sky wohl 500.000 Euro in diesem Sommer betragen. Das wäre auch eine Summe, die finde ich für Hertha realistisch ist, um einen neuen Stürmer zu verpflichten. Wäre wahrscheinlich auch deutlich billiger als Serdar Dursun. Und für ihn selber, ja, ist jetzt die Frage, zweite Bundesliga ist es so viel besser als erste österreichische Bundesliga bei Austria-Wien? Vielleicht nicht, aber es könnte sein, dass es vielleicht für ihn finanziell auch nochmal eine Sache ist und auch vielleicht nochmal in Deutschland, wo man die Chance hat, ja auch in die Bundesliga vielleicht aufzusteigen, ist vielleicht dann doch nochmal ein Karriereschritt, wenn man die Karriere als Spätstarter nochmal richtig in Schwung bringen will. Ich kann ihn nicht so einschätzen, habe jetzt nicht viele Spiele von ihm gesehen, kenne aber ein paar Toraktionen von ihm und habe dadurch natürlich auch gesehen, dass er viele Koffertore erzählt hat. Ob das jetzt nach Ecken war, nach Flanken und so weiter, aber eben auch viele Tore, wo er einfach genau richtig stand, gut antizipiert hat. Die Sache, die ich einfach nur habe, ist, das heißt ja nicht, dass das andere nicht kommt, aber wir brauchen einen Zehner. Also nochmal, ich will jetzt nicht Niederlechner verteidigen, ich will nicht Konga verteidigen, ich will nicht irgendwen immer nur verteidigen, wenn sie auch nicht die besten Leistungen bringen. Vielleicht kann man daraus mehr machen. Jessica hat sich auch Chancen selber erarbeitet, aber wie viele Bälle kriegen denn unsere Stürmer vorne, woraus sie wirklich was machen können? Wann kommt denn mal eine Flanke rein von den Außen? Wann wird man denn mal optimal geschickt von unserem Zehner? Mit einem Steilpass, mit einem Vertikalpass, mit einem Steckpass? Wie es als Beispiel, guckt es euch an, Verrei gemacht hat, nachdem er eine ganze Kette mit einem, ja, mit einem Schnittstellenpass ausgehebelt hat und Glatze natürlich auch diesen Weg gegangen ist und einen Elfmeter rausgeholt hat. Wann kriegen denn unsere Stürmer mal so eine Gelegenheit? Natürlich, wenn sie die dann kriegen, versemmeln sie sie auch oft, muss man sagen, aber auch ein Derry Sheerhunt ist eben für mich kein Wandstürmer und der hat ja auch völlig in der Luft gehangen. Hatte der überhaupt einen Abschluss? Das will ich ihm gar nicht vorwerfen. Das Spielsystem muss doch nach ja, nach ewigen Jahren mal endlich so ausgelegt werden, dass ein Stürmer auch Chancen bei uns bekommt, sonst kannst du da sonst wen hinstellen. Deswegen für mich einfach weiterhin, die Nummer 10 Kreativspieler brauchen wir unbedingt, gerade bei unseren Zielen. Wir brauchen ihn einfach und Marco Richter kann super wertvoll für uns sein, aber scheinbar nicht auf der 10. Und selbst wenn ich mir das manchmal ein bisschen erhofft hätte, dass er auch in der Zentrale mehr funktioniert. Wir haben noch jetzt alle Testspiele gesehen. Wir haben letztes Jahr ein Spiel gesehen, ich weiß gar nicht mehr, welches es war, wo er auf der 10 auch schon nicht gut war in der ersten Liga. Wir haben jetzt das erste Spiel in Düsseldorf gesehen, das ist nicht seine Position und da hilft er uns dann am Ende auch nicht weiter. Klar, wir haben Palko Dada jetzt verpflichtet, der war aber auch komplett blass und abgemeldet und der war ja scheinbar für den rechten Flügel vorgesehen, weil sonst hätte man ja auch mal tauschen können. Was ich im Spiel auf jeden Fall auch nicht gesehen habe. Also Tabakowitsch könnte sein, dass wenn ihr das Video schaut, schon vorgestellt ist. Wir geben ihm natürlich auch eine Chance. Er kommt als Spätstarter, er kommt als jemand, der nachgewiesen hat in der höchsten österreichischen Spielklasse, dass er Tore erzielen kann. Aber auch der wird darauf angewiesen sein, dass er gefüttert wird, dass eine Ecke gut kommt. Das war auch schon wieder so ein Problem gegen Düsseldorf. Dass ein Standard gut kommt und vor allem, dass aus dem Spiel Flanken kommen. Und Fabi Rehse und Winkler zum Beispiel oder Palko, das sind doch auch Spieler, die können gute Flanken schlagen. Du musst sie aber auch diese Spieler erstmal in diese Position bringen und du musst das Spielsystem darin ausrichten, dass du Flanken schlägst in die Mitte. Vielleicht dann auch zwei Stürmer. Wir werden sehen, was da passiert. Es klingt für mich relativ realistisch. Ich finde auch, wir haben absolut Bedarf. Wir müssen auch erstmal gucken, wie Previag funktioniert. Das will ich auch erstmal live sehen. Aber in diesem Spielsystem, was wir haben, scheint Niederlechner auf jeden Fall nicht die richtige Lösung zu sein. Und auch Scherhand scheint dieses Problem dann aus meiner Sicht nicht füllen zu können, was gar kein Vorwurf an ihm ist. Dafür ist er dann einfach kein Wandstürmer, als nur einer der Bälle abtropfen lässt, der Leute rauszieht und abtropfen lässt und zwei Gegenspieler auf sich bindet, wie ein Cordoba oder so. Der dann eben auch mal eine Lücke reißt durch seine Präsenz. Das ist ein Derry Scherhand nicht. Der hat seine Stärken im Abschluss und vielleicht auch in der Technik oder wenn er aus dem Halbraum, aus der Tiefe vielleicht mal kommt oder geschickt wird oder so. Naja, schauen wir mal. Vielleicht kennen ja einige von euch Haris Tabakovic oder haben ihn öfter spielen sehen. Es gibt ja einige, die öfter mal auch die österreichische Liga verfolgen, wo er mehr auf jeden Fall unterwegs war. Und wir verfolgen natürlich weiter, was passiert. Ich gebe mir Mühe, dass ich ab und an Updates gebe und wenn ich streamen kann, streame ich auch. Muss ich dann relativ spontan sagen, folgt mir gerne auf Instagram. Da halte ich euch immer auf dem Laufenden, ob ich abends streame oder nicht. Das kann ich jetzt nicht so machen, wie ich es sonst gemacht habe. Und ja, Mittwoch bin ich nicht in Berlin. Frühestens dann irgendwann am Abend erst wieder. Freitag ist ja wieder Heimspiel. Und wir haben aber auch noch viele Sachen auf dem Knife-Kanal vor. Deswegen, es ist schon für Content gesorgt und es kommen auch wieder Zeiten, wo ich wieder mehr Content machen kann und dann wieder alles reinhaue. In diesem Sinne trotzdem, danke fürs Gucken. Keine Ahnung, weil ich das Video hochlade, jetzt einfach mitten in der Nacht. Ist ja egal, was der Algorithmus sagt. Wünsche euch einen schönen Dienstag, wenn ihr es dann guckt. Einen schönen Start weiterhin in die Woche. Und ja, danke, dass ihr mich alle so unterstützt. Hau he. Und freue mich auf jeden Fall auf Freitag. Auch wenn ich ein bisschen Bauchschmerzen habe dabei, dass es eine sehr, sehr schwere Saison werden könnte. Aber wie gesagt, wir sind noch ganz früh. Vielleicht wird das ja auch alles besser. Aber das haben mir auch einige reingeschrieben übrigens. Haben sie auch recht. Das habe ich jedes Jahr gesagt. Seit ich YouTube mache. So, in diesem Sinne, hau he und ciao.